Warum? Ich weiß nicht, dass ich wenigstens schon einen Kiel mit ihr habe, was ich niedergelegt habe. Darf ich nicht guten Tag sagen? Nein, es heißt guten Abend um die Uhrzeit. Tja, für mich nicht. Mit einem schönen, kühlen Gläschen Wein. Ich rübergehe Bier, Alter. Ich trinke Himbeerkracher. Ich habe noch gewartet, dass du eigentlich sagst, du kommst auf und tust dir die Horde Flaschen. Ah ja? Nein, das ist mir zu weit. Schreibt da kein Mensch zurück. Hallo, ich habe mir die Baumhaus-Profis angeschaut. Und, dafür kann man nicht gut sein. Ja, Zeit. Warum haben Sie die Ordnung? Was? Ja, habe ich. Nein, habe ich nicht. Was? Na, siehst du. Ich bin aber, ja. Wer hat's einen, Alter? Ach, je, Bursch. Schrecklich mit dem Kerl. Wie schön war die Zeit, wenn alles nur fest nichts gegeben hat. Ja, so eine Zeit wird's auch geben. Bist du da sicher? Ja. 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 Und wie gesagt, bei so einem Kran jetzt weiß ich schon, was sich das bringt, wenn wir das aktivieren. Was? Welcher Kran? Um was geht's? Bei so einem Kran tut's was aktivieren. Okay. Dann kommt so ein Schutzschild, was aus der Teile... Nutze du bist, gell? Ja. Und das lohnt der Ulti auch. Ich zeig dir das. Dieses Gerät gibt's überall. Da ist auch eine. Ja, über zu Tempo. Stimmt. Ja, ich sag's noch, dass das überall gibt. Ah, da fliegt viel hin. Da ist der andere, ne? Ja. Aber der ist, wie gesagt, auch überall. Ja. Kommt ihr mit? Ja. Ich hab jetzt nicht geschaut, aber es schaut gut aus. Oh ja, es ist gut. Unter uns, es ist gut. Unter uns. Wenn du den Rest da in der Mitte aktivierst, das kann man aktivieren. Okay. Oh man, der nächste Linke ist weit weg. Habe ich aktiviert. Ja, und wenn du drinnen stehen bleibst, bis es fertig ist, dann ist der Ulti aufgeladen. Okay. Waffe wäre nicht schlecht. Naja. Na, wenn du sagst das. Hallo. Scheiße, ist Guldene? Nein. Da unten war Guldenes. Da muss ein Gegner sein. Wow. Da, wo ich markiert hab. Ja. Oh, aber mir. Der Herr Goldschild. Oh, da wird's nicht. Oh, okay. So funktioniert das Teleportieren. Oh, hinter mir. Ja, der ist weggelaufen. So. Ja, ich komm schon. Ja, aber es ist der Herr Goldschild. Ja, ich hab ihm aber eh schon sehr viel weg. Ich hab ihm aber eh schon viel weg. Da muss er sich voll in die Brei jetzt. Rausse gelaufen ist er. Ja, hinter uns. Na. Dankeschön. Nein. Bitte. Lache. Bist du da an? Ah, ja. Jetzt muss ich die Prozession einladen, was? Da hat er Schilder auf. Wo ist er denn? Guldschild weg. Ich hab keinen Wunnen mehr. Down. Jetzt hol ich mir das Guldschild. Alle rein bei euch. Na wo? Ja, ich hör's. Ja. Ich finisch den jetzt. Da unten. Das hier fein. Das. Oh. Der hat den anderen abgeholt. 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 Ja, ich hab. Abgeholt. Der andere liegt. Der andere ist tot. Der Ockta 1 ist tot. Wo ist er? Ok, da gehts nicht um, mein Scheisse, der ist weg, gell? Wollt er, ist er da rauf gerutscht, oder? Was ist das? Ja, bis ich bei euch bin, oder? Braucht man nicht schon. Ich hab mein Ulti, für was auch immer der jetzt. Der fliegt. Der fliegt und der will sein Haverath noch holen. Der hat auch gut geschützt. Keine Ahnung. Wurscht, ich hab den Druck, treffen wir sie irgendwo, sammeln wir sie. Ich hab weder ein Schügel noch Energie. Wo ist der Salon rein zu fahren, oder? Ja, ich bin hinter dir. Ich bin am Weg. Mach ein bisschen. Da rein. Ich bin bei ihm. Wo rennt er denn? Der ist da oben gehupft. Der ist da oben gehupft, der Trottl. Ja, dann ist er gestorben. Ja, ist er. Wer da liegt. Hat er eh grad gesagt. Da liegt der goldene Todeskitzte. Ja. Das war der Habe. Ich brauch nur ein Heal. Will wer den goldenen Schütt, oder? Soll ich's nehmen? Ja. Ja. Ich brauch nur Heal. Ah, wot. Geh. Geh jetzt. Wenn's da einsetzt, neben uns. Ja. Dann haben wir auch was davon. Hä? Ich hab da jetzt gar nichts davon. Ja, jetzt gehst du hin und drückst. Ah. Okay. Ich find das geil, ja? Das ist mega geil. Das ist mega geil. So, Richtung Kreis sollte man schon langsam. Ah, du kannst aber nur zwei Sachen. Komm, zeh zu mir. Ja, das war halt nicht vorher. Hast du mir da nicht zugehört? Ja, ich hab irgendwie gehabt, dass... Ich hab wieder gesagt, wenn du das aufstößt, kann jeder zwei Sachen nehmen. Wo ist der violette Rucksack, oder? Oh, ich mag es nicht. Hoppala. Scheiße. Äh, bei mir ist wer? Ah, nein, das erzählst du mir die Sachen. Okay, das sieht man so mal dumm flitzen. Entschuldigung. Ich kenn mir mit ihr noch nicht so aus. Wenn du dein... Sochen wirfst. Und das verwirrt mich auch viel. Das ist Sachen mit der Mauer. Ich find das so geil. Wenn du dein Armband wirfst, dorthin... Ja, das hab ich schon mitgekriegt. Ich brauch die Schwager da. So. Fliegen wir Richtung Ring. Stufe 2. Den Holimana. Gibt's... Da ist Triple Deck. Wie wär... Ein... Flatline mit Money... Brauch ich nicht. Ah, zwei Rucksack hab ich schon. Ich hab hier einen Anpassung. Okay, dann nehm ich's. Das Geld brauch ich dir. Äh, ja, jetzt dürfen wir gehen. Okay, das hätten wir eingegangen haben und gesagt. Servus. Was? Geht schon. Werf den Sprungantrieb. Aber mit der kommst du eh urschnell viel. Ja, ja. Wir hätten aber Sprung-Turm auch gehabt, oder? Ja, okay. Ja, ein Nachteil ist halt, dass du nach dem Teleport nicht erschießen kannst, ne? Ja, das ist ja... Ab und zu ist so ein bisschen verwirrend, weil du nicht weißt, wie du ankommst und stehst. So wie du hinschust. Ja. So wie du hinschust hab ich jetzt. Bei mir war's schon ein paar Mal anders. Wer von euch braucht was? Da ist Choke, glaube ich. Doppel Schuss Trigger. Na, ja... Ja, Cripple. Na, Cripple. Ich habe die Sachen. Äh, Scope brauche. Ah! Da ist ein Schatzkester. Kannst du nur eine pro Tag, okay? Ja, eine pro Tag, ja. Wenn du jeden Tag eine tust, dann kriegst du beide Sachen. Okay, 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 okay. Und dann bei den anderen Sachen mitmachen. Ja, wie gesagt, der Scope war noch cool. Ja. Du musst dich nur zusammenflicken. Ja. Da wird geschießt vor uns. Ich hätte gerne 301 oder so. Nehmen wir wollen. Ja. Oder mit was bedauert. Medikitzer oder wer braucht den von euch da? Ja. Bitte nehmen. Eine habe ich genommen. Ah, ja. Wohin? Ich geh mal da rauf. Ah! Echt jetzt? Müssen wir veräußern? Geh mal runter rum. Nehmen wir die Stiegen? Na ja, was denk? Ich kenn die Map halt auch wirklich genau nicht. Ja, nicht so. Ah, da wird geschossen. Ja. Ich will da nur Scope. Kurz. Da brauche ich gar nichts davon. Na. Oh, FDR 99. Nein, nein, nein. 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 Wohin? Burschen. Hm? Neuer Kielspitzenleiter bestätigt. Neuer Kielspitzenleiter. Tja, habe nicht lange mein Freund. Auf Richtung Reisele. Ah. Gehen wir da, drüben. Hä? Wieso bin ich abgerutscht? Ah! Da hinten. Schilde mich schnell. Naja, die sind zu drüben. Wir sollten schauen, dass wir weitergehen. Naja. Ja. Ja. Stickel wäre aber das. Die. Puh, oder? Dann kommt sie zu mir. Ja, wo bist du? Da. Ja. Ja. Kommt nicht. Da hinten gehen wir. Andere Seiten hat er genommen. Seiten hat sie. Gut. Da drüben ist eine geschlossene Tür. Ja. Beeilung. Wir haben nur eine Minute. Und der Ring ist direkt. Jetzt packe ich die Trickliste aus. Da gibt es einen Phoenix. Sieht es klar. Sieh ich da durch. Ja. 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 Äh. Die. Kann es halt bald da aus sein auch. Wo rein sie ist jetzt? Warte. Ich muss zu euch. Warte. Ich dringend. Fünf Squads auch noch mehr. Wie ein Scope, oder? Oh, da ist ein goldener Höme. Ja. Und auch ein violettener. Ja, dann darf er noch. Und ich lasse einen blauen da. Ein blaues habe ich. Ja, der hat irgendeiner schon reichen. Kein Scope, oder? Wir sind nicht im Ring. Nein, wir sind nicht da. Aber die werden dann auch kommen, Schätze, oder? Ah, das wäre noch ein goldener Höme. Ist aber nicht mehr im Ring. Ah, ist ein goldener Höme. Weiß jetzt gar nicht. Nein, die Tone kommt. Wo? Warte mal, den Schleirer sieht es vor die Füße. Hahaha. Das ist ein goldener Knockdown-Schild. Ja. Holen wir noch jemanden. Ja. Da ist ein Scope. Ja. Am Weg. Unten, oder? Ja. Ja. Ich habe da ein violett Knopf. Unten drin. Stufe 3. Hier ist ein Aufdicht. Ein Neubestand. Mhm. Da ist das. Tut das aus. Glauben 3. Ja, genau. Ist das dort. So, wo gehen wir hin? Ja. 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 Hier ist ein Rucksack. Stufe 2. Ich guck mal, ob ich jemanden sehe. Aha. Ich liebe sie. Du solltest da eine kleine Zäune rein haben. Ich habe noch einen großen. Ja. Dann. Da. Hier ist eine Schirrzelle. Ich werde gleich zu uns stoßen. Ja, da wirst du auch noch raus sein, oder? Ja. Wo ich eigentlich mehr dafür war. Ja, in der Richtung. Ja. 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 Ja, die Schüsse kamen von da, oder? Ja. Da werden wir so fangen, oder? Mhm. Ich glaube nur, dass sie nicht von hinten wieder kommen. Ja. Warum? Ja. So, das geht. Das System war auch schon mal besser. So, hier haben wir vier. Oder schauen wir vier an. Die schauen wir da hinten an. Ja. Da ist seitlich Schüsse da drin. Ja. Jetzt werden wir einschauen. Wie war das? Das ist ein Musik, oder? Ja. Wie ist das nicht? Nee. Wie ist derzeit her? Wo? Woher? Woher? Links um die Ecke und rechts um die Ecke schießt da auch wer. Ja, rechts ums... Ja, wurscht, bleiben wir drin im Rest. Kommt das hintere. Das hab ich mir gedacht, die kommen jetzt von da. Der hat blau. Ob... Echt jetzt? Von wo, oder? Links und rechts. Violett, blau. Ja, der killt mich jetzt, egal. Ja. Aber ich belebe mich wieder. Ich bin weg. Holst du auch noch? Ja, ich bin nicht mehr. Ich hätte einen Phönix gehabt bei mir drin. Und gold und ein Schild. Ja, das ist ein Schild. Ja, das ist ein Schild. Boah, das ist ein Schild. Ich bin nicht mehr drin. Was soll denn, wenn schon alle drei herkommen und mich sandwichern? Und das ist auch nichts gebrocht. Blin, ich muss mehr drin, geht's. Auf haben wir gut. Ja, wenn wir keine Leute sehen. Warum haben wir eh das auch nicht gebrocht auf die Jagd? Ich habe das auch nicht gebrocht bekommen. Ich habe das auch nicht gebrocht bekommen. Ich verstehe noch nicht ganz. Ich kann mir das jetzt kaufen. Aha. Das ist ein Teil verfügbar auf das Wort. Das ist ein Teil der Schild. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Immer dasselbe mit euch kämpfern. In deinem Herzen herrscht. ja ich habe doch dass der jetzt hinter uns dann kommen werden von einem habe ich den schild weg aber der andere hat mich dann weg der bobi raucht noch einen und dann kommt er ja ja bobi kommt die lober nehmen wir jetzt weiß ich nicht ob der bobi kommt der bobi kommt mehr oder was ja wir werden sehr gut miteinander auskommen aber Finger weg von meinen Sachen und wenn er kommt dann nicht mit seiner Frau das kann ich mal sagen eklisch, meklisch hm 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 ich bin der Jumpmaster, klar oder? ja ja na dann wo ist genau hier ok du gehst mitten durch ja kommt er mit schau nach links geht wer ja nicht klar hinter uns was nein 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 ich habe noch keine Waffe ich habe auch nichts ich habe schon Waffe einfach zu dir Ja, aber schmoren. Was ist denn da hingeworgen, oder? Hallo. 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 Da runter ist denn bei uns? Oh, ich bin bei uns. Da war's noch festiv. Ja, ich weiß. Oder was ist jetzt? Ich steh unter Beschuss. Ja, ich hab nur einen blöden Mast-Tief. Nein, liegt, Alter. Wo, Alter? Da, oder? Wie, Alter? Liegt! Bist du müde, Alter? Oben! Du? Du bist da? Naja. Seht unter Beschuss. Lade nach! Trüm im Haus ist auch wer. Aber irgendwer könnte mir helfen. Ja, ich hab nix mehr. Nein, Knipsi! Halt er! Ja, soll ich helfen? Soll ich nicht helfen? Was ist jetzt? Ich hab gesagt, nein, ich hab eh nix mehr. Ich hab... Ja. Hab auch nur mehr zwei Schüsse gehabt. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Ahja, dann... ...joo, ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr, einen schütt. Einen Punkt. Ja. So, dann passt. Dann geh ja mal runter und dann starten wir, oder? So? Dich? Dich? Oder nicht. Bist du ruhig? Okay, dann schleiche ich mit einem. Jawohl, schleichen. Ciao.